herzlich willkommen zu einer neuen folge ich war eben gerade noch mal schnell auf der anderen uferseite gewesen habe noch mal schnell hier kürbisse gefunden und geguckt dass man sie auch grillen kann und ja man kann sie grillen und das bringt auf jeden fall viel mehr so schon mal sehr gut eins haben wir sogar noch übrig weiß der regenschauer zieht auf also wir brauchen auf jeden fall messer wir haben noch kein talent punkt oder technik punkt kann man sagen talent punkt haben wir ja so dann brauchen wir aber muss mal gucken sauerstoff würde ich schon gern auf reserve auch ein bisschen mehr haben da liegt sogar was da kommt wieder so ein pferd fängt an zu regnen da kommt auch ein größerer sturm wie es aussieht war das symbol sieht anders aus ein kärnter sturm können wir eigentlich in der tür herstellen holztür hier ist ja schon platzieren muss man gucken wo sich denn das wie rum die ist spielt das denn überhaupt noch rolle so wird es aufgehen oder so rum naja ich würde es jetzt glaube ich so rum aufmachen schließen öffnen ja genau so dann hätte man das auch ist das hier winkel holzdach irgendwo gut wir haben jetzt sag ich mal im boden als flachdach benutzen wir dann würde ich aber noch gerne schlafsack holzbalken wichtiger gegenstand gegen fallende bäume ok wir haben vier ecken also machen wir mal vier stück wenn das überhaupt gehen sollte also ich würde sie jetzt in den ecken reinbauen ja genau hier ist so in den ecken ah come on echt jetzt ist das dein ernst oder was weg da hier das kann ja wohl nicht wahr sein mal diese belästigung überall das bist du ne ok wir haben es erlebt das ist das kleine pferd gut du bist jetzt auch ein bisschen an einer schlechten stelle deswegen töte ich dich jetzt auch aber die pfeile würde ich schon gerne haben tja ok ähm und erstmal wieder rein weil jetzt ja noch ja eigentlich könnte man noch ich würde gerne die bäume noch schnell fällen bevor sie mir noch wirklich auf dem dach fallen oder es ja äh chaos einrichten tue ich sie lieber jetzt fallen dann habe ich mehr davon und da 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 muss man halt hier rumliegt ne ich seh hier einfach nix es ist einfach richtig zugewachsen ja dann haben wir hier noch gehen jetzt ist die sonne gerade aktuell kaum draußen was will ich noch schnell nutzen aber der sturm wird wohl jetzt weiß nicht wie viel zeit dazwischen ist drei tage vorhersage und das drei tage sind dann müsste das innerhalb von den nächsten 24 stunden müsste dann der sturm kommen jetzt kommt auch schön die sonne herrlich ist das geil meine güte so schön vorhin ekliges wetter und jetzt sonnenschein genial wunderschön gut wir haben es ein bisschen verkehrt hier gebaut ne eigentlich müsste ich das noch mal abreißen für holz haben wir denn gerade ja nicht viel weiß nicht wie viel wir da wieder zurückkommen dass wir mich das jetzt nicht riskieren aktuell ist das sind ist schon irgendwas kaputt oder was was gibt denn hier wo kommt gut wir hätten auch von hier schließen können aber warte mal bevor wir das jetzt hier noch mal das da machen wir holen uns mal sauerstoff sehr wichtig und wir haben auch kaum noch eins müssen wir noch mal herstellen eins müssen wir noch mal sauerstoff ist noch für die nächsten stunden überleben vielleicht bevor der sturm noch mal anfängt je nachdem wie viel sauerstoff wir noch haben werden wir dann noch mal schnell raus rennen weil der sturm wird wahrscheinlich das drei tage auf vorhersage ist müsste er ja der sturm 24 stunden lang gehen ungefähr würde ich jetzt mal behaupten ich bin mir aber auch nicht sicher dass das stimmt wir werden sehen was passieren wird ok sie ist kaputt das heißt wir können es aber reparieren anscheinend gegenstand ablegen was ist das von der taste kann ich nicht lesen ist zu klein sie ist zu klein warte mal nee quatsch hier unten ist das ja ach wie können es so einfach ist das schlecht ne bin ich schlecht meine ich ja gut okay dann wissen wir dass wir das reparieren können das sogar mit weniger material so eigentlich tun wir glaube ich nur den stein wechseln dann kann man das hier ja auch reparieren ja auch nur ein stein statt holz wenn ich jetzt neue baumwörter bräuchte ich wiederum noch stein äh äh holz so dann tun wir nochmal hier baum fällen haben die überhaupt noch platz boah die samen ne die verbrauchen gerade so viel platz hier warte mal bevor ich hier das damit anfange ah guck mal hier ist ne ist so ein bisschen runter ne äh äh alter ich dachte schon was ich dachte schon was ist denn das vor meiner nase liegt hier irgendwas hier rum äh so tun wir mal reparieren das brauchen wir nicht mehr ich glaube da wo null ist äh wo es 100% hat ne ist das ja in Ordnung hier kann man nochmal also wir sollten auf jeden Fall Reserven haben äh was ist das ist die Tür überhaupt richtig rum auf äh ran nö ich baue irgendwie glaube ich habe ich das Gefühl da ich sehr gerne verkehrt rum alles baue naja gut egal das ist ja nur vorübergehend das ist ne die Hütte wird auseinanderfallen wenn der Sturm kommt warte mal ab aber das würde ich gerne machen ähm und ne Kiste haben wir noch 3 Punkte haben wir noch ne Kiste wäre schon sehr nice kleine Holzkiste 10 Lagerslots oh ja bitte was ist das hä muss ich einen anderen Sauer nicht Sauerstoff ja da müssen wir uns jetzt auch schon Gedanken machen ne dauerhaft über den Sauerstoff ähm weil es wird nicht Ewigkeiten vermute ich mal äh trotz nicht Ewigkeiten die diese Steine rumliegen überall ne wird ja auch nur begrenzt sein in unserem Gebiet sag ich jetzt mal in anderen Gebieten gibt es wieder Sauerstoff ja aber ja ähm deswegen Rüstung wäre auch schon sehr sick was ist das Fasern ok 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 Fackel wäre auch für nachts mal gut das wäre schon sehr geil oh Sauerstoff das würde mich schon brennend interessieren was brauchen wir denn dafür 10 Knochen Leder Leder Hasern Stöcker 20 Leder ja können wir eigentlich besorgen ohne Probleme wenn die Hasen auch Leder haben dann wäre das schon machbar so wir haben auch noch hier einen Punkt wird bingung geschwind bei ducken ähm wir haben ja auch Solo ne da haben wir keinen Punkt oder was ah ok es ist das wie das berechnet wird das Ganze weiß ich auch noch nicht genau aber es geht ähm Sturmjäger Ausdauern Generation Flinke überleben da höre die Grundbewegungsgeschwindigkeit wäre schon eigentlich cool ne höre die Grundgesundheit nochmal um 10 mehr Zähmung für den A3 bei Nahrungssuche Angeltechnik Blickherrschung von Angelrouten geborene Angler auch das ist schon cool ne Angel interessiert mich schon ziemlich hat sogar seinen eigenen Slot halt ne oh ne ne wer kommt denn jetzt schon wieder zu Besuch kann man denn nicht mal einmal seine Ruhe haben ein Reh ah ok alles klar ist nicht so schlimm mit Ausdauern Generation ja das wäre auch schon sehr ist geil verfleiß das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig gerade Klaas ok Kampf ja ich würde schon mal ein oder zwei Punkte in Kampf mal rein investieren jetzt bin ich an überlegen mit was kämpfen wir am meisten eigentlich aktuell mit Pfeil und Bogen wird ja aber nicht auf Dauer so bleiben wir werden ja später auf Schusswaffen definitiv wechseln jetzt ist nur die Frage wann werden wir wohl Schusswaffen haben das wird denke ich mal noch eine Weile dauern und ich glaube das ist sinnvoller glaube ich doch als erstes da rein zu investieren zu investieren Bewegungsgeschwindigkeit und das schnelles nachladen ja würde ich definitiv machen das muss nicht unbedingt sein zumindest noch nicht mit der Genauigkeit schnelles zählen wäre auch sehr sick ok ok lass mal erstmal das so dann würde ich wirklich sagen glaube ich erhöhte Geschwindigkeit wäre es sehr cool oder aus Gesundheit angeln hätte ich auch Bock ne Freischein Angeltechnik wir können ja schon eine Angel oder warte mal lass ich mir gucken ja doch Fasern Stöcker wir können schon eine Angel herstellen das wäre nicht also das Problem ja dann würde ich flink oder was ist besser was ist besser was ist 3% 10% nehme ich nochmal Leben einmal nehme ich nochmal Leben weil Solo haben wir auch einmal Leben genommen da kann ich nochmal auf 100% das ist ja für Solo ähm das werde ich dann nochmal aus nochmal verbessern beim nächsten Mal dann hätten wir nochmal ein Stückchen vom Balken mehr wahrscheinlich nochmal so ein Stück hier ja ja Fackel wäre schon glaube ich sinnvoll ne vor allem wenn man mal nachts raus will ja komm den anderen Punkt würde ich jetzt erst mal das wäre glaube ich auch schon sehr sinnvoll ne wenn ich das richtig verstehe tut das Sauerstoff herstellen auf einer anderen Art und Weise ich weiß nicht genau wie aber das werden wir dann rausfinden was hätten wir denn noch Schild ja Rüstung wäre auch cool aber wir haben jetzt erstmal zweimal Leben uns da Punkte reingehauen das wird auch schon mal was bringen am Anfang ähm ja ich hebe den erstmal auf nochmal ich hebe den nochmal auf und wir sollten definitiv Newe ne 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 oder hab ich den schon gegessen ist schon wieder weg was ist denn das ist aber der Wahnsinn wie schnell ist denn also wie das ist doch nicht normal hier wir bauen erstmal eine Kiste die stellen wir erstmal hin das ist die Frage wohin ne die Tiere werden wahrscheinlich von der einen Seite angreifen da würde ich sagen wir machen die hier so hin also ich kann sie nochmal drehen einmal bevor ich mich entscheide die richtig darauf hin zu platzieren so jetzt dann das hier weg wie kann ich zack 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 erstmal hier weg die ganzen Samen die wir im Moment aktuell gar nicht brauchen Kaffee Waldbeeren können wir behalten erstmal grüner Tee brauchen wir auch grad nicht dies auch nicht Fasern ja können wir oh wir brauchen noch doch noch noch Kiste eine das brauchen wir doch noch ok oh das ist schon mal viel viel besser können wir die oben drauf platzieren würde das gehen er zeigt an das geht aber drehe ich die dann noch auf ist die Frage warte mal kann ich das ablegen ah die Tasse ist nicht belegt deswegen geht es nicht ich hoffe ich komme dann noch raus aber ich glaube schon so wie das aussieht so dann machen wir hier verdorbenes zeug Stöcker ich würde es halbieren dass wir einen Teil nur mitnehmen aber nicht alles da sparen wir uns auch bisschen Platz hier haben wir sogar es gibt noch mehr oh die shit Holz lassen wir auch mal hier Pfeile brauchen wir Stöcker Stöcker ach du scheiße wie viele Stöcker wir haben Steine machen wir auch die Hälften hier rein erstmal ok wir brauchen was zu knabbern und der hier ist wahrscheinlich schon ja 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 warte mal wir müssen noch ein Messer herstellen Fackel können wir später auch nochmal herstellen dann machen wir das jetzt schon ja komm eins so warte mal Steinmesser ah das ist ein Wurfmesser alles gleich wollte ich schon grad sagen hä ok dann das ist natürlich Blödsinn was hier ist warum ist das eigentlich da drin hä was ist das denn Spitzhacker schätze ja wir brauchen unbedingt Nahrung ok ok du bist schon wieder weg da oben ist ein Steinbock bock oh der ist genau in dem Moment gesprungen ich will abbrechen abbrechen kann ich das machen ablegen ok warte mal Messer muss man an die Hand nehmen auf der 6 was sind das eigentlich für Symbole was ist das hier jetzt eigentlich haben wir noch mit 2 und was ist dann das da was da liegt noch ah sehr schön weiters bauen wir auch alles klar ich glaube wenn man es liegen lässt kann es passieren dass ein Wildtier kommt und oder es wird dann ein Wildtier angelockt würde ich mal vermuten heißt das Symbol bin mir aber nicht sicher es könnte möglich sein wir werden auf jeden Fall schon mal ja gut ein Fleisch gut war ja eine erfolgreiche Jagd gewesen aber nichts zu trotz haben wir immerhin schon mal wieder ein klein bisschen wird uns aber noch nicht viel bringen gehen wir hier hoch hier oben waren wir noch gar nicht da oben ist überall Sauerstoff das ist sehr schön oh oh lol kommt er da weg rausgesprungen was ist denn das hier ach so ne das ist Kakao das ist natürlich auch interessant ne das hier die Musik hört sich an wie ein Horrorfilm apropos Horrorfilm ich habe ja bei der letzten Folge gesagt hier gibt es ja nur Monster aber keine Aliens ich tu das nochmal also nochmal korrigieren ich habe nochmal gelesen ähm in der Beschreibung hier gibt es hier gibt es ähm doch Aliens also ich habe mich da vertan der Sache mal ein bisschen Sauerstoff mit würde ich sehr gerne nochmal ein Tier erlegen was mich nicht umbringen will aber wir müssen langsam ja noch eigentlich müssen wir Zeit haben oder also noch ein bisschen nicht viel aber etwas sollte mal ein bisschen schnell laufen ich tu oft immer sehr gemütlich rumlaufen wie ein Spaziergang im Wald oh ne ne jetzt sind keine Wildtiere unterwegs ne haben sich alle vielleicht verkrümelt oder so da ist ein großer Hirsch ja steht der da? ne aber der hier ist da aber der ist auch gut der ist auch gut nehme ich auch gerne ok wir haben Sauerstoffprobleme jetzt weil es doch jetzt mit dem Wind sehr extrem ist nehmen wir noch das schnell mit dann hätten wir immerhin schon mal drei Fleischstücke was schon mal sag ich mal erstmal ok ist so ein definitiv Mats ah ne ne ich kann auch grad nicht schnell laufen weil er die Ausdauer verbraucht auch sehr viel oh oh alter komm schon schnell nehmen 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 mit das Zeug alles nehmen los weg hier weg hier los 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 abfahrt müssen weg hier aber wie es aussieht spawn spawn hier essen wieder ne oder lag das schon vorte ich hab keine ahnung mein gott meine Ausdauer wo ist sie hin da muss mich noch bisschen dran gewöhnen ah ne bitte nicht ne jetzt noch ein Wolf Kampf noch hinterher ich schwimme noch runter egal kann auch tauchen anscheinend wo ist der Wolf weg ist er ok wir gehen mal hier raus ganz mal schneller weil es wird wirklich jetzt sehr hilflich Hilfe Hilfe schnell 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 ich komm hier rein da Weg lang und da hoch zack komm schon raus raus schnell natürlich natürlich guck mal ein super Wetter die Sonne kommt schon wieder raus ah herrlich dafür lauf ich hier hin und her ok naja gut egal Sauerstoff verbraucht wirklich viel komm ich werd das doch machen ich werd das doch machen kann ich schaden wenn ich das richtig verstehe ich schließen mir nochmal dorsche das ist aber nicht ein getriebener gerät das durch mir schadliche druck ok ok ach komm jetzt sei mal nicht so ne Pussy aktivieren aktivieren das rein Fleisch rein so wie viel Feuer haben wir noch haben wir noch genug alles klar ja ja es gibt doch schon was ja schnell was reinhauen mit dem rohen Fleisch passiert da was es wird in der Reihenfolge gemacht alles klar es wird das und dann kommt das Fleisch danach dran ich glaube wenn man es nicht rausnehmen würde ich jetzt mal vermuten verbrennt es ohja das dauert wesentlich länger wer ist das da oben also Pferde ich nenn die jetzt mal Pferde weil die haben ja schon eine extreme Ähnlichkeit mit Pferden sieht ein bisschen aus wie ein Pferd und ein Zebrastreifen die laufen anscheinend hier an den Rand hier lang sehr sehr gerne und dann springen sie oftmals hier runter und gehen dann immer an diese Seite dran ja gut könnte man natürlich jetzt sagen okay wir bauen da irgendwas noch hin zur Sicherheit Pfladenbrot kann ich mir einen Döner machen ja gut der war schlecht gewesen ähm ich würde jetzt gerne loslaufen nochmal Sauerstoff holen auf Reserve nochmal ein bisschen haben was haben wir denn jetzt hier fasern hätte man sogar ja oh die lassen sich stapeln stapeln ja alles klar Fell haben wir noch noch haben wir auch wirklich einiges verdorbene Pflanzen hallo hat geklopft niemand niemand okay ich freue mich irgendwie ein bisschen auf das Angeln weiß ich nicht warum ich hoffe wirklich das ist so gut wie ich mir das vorstelle aber ich glaube nicht dass es jetzt irgendwie so ich glaube eher man schmeißt einfach rein und dann wacht man und dann äh hat man nah 10 15 Sekunden Fisch wenn nicht sogar früher würde ich jetzt mal tippen aber die Entwickler denken sich wahrscheinlich auch ja das ist ein bisschen zu schnell mach mal lieber so pro ungefähr einer Minute zwei Minuten immer sonst hat der Spieler das einfach zu schnell Essen gefarmt und dann brauche ich erstmal eine ganze Weine nix das wäre glaube ich zu lau das kann ich mir auch nicht vorstellen also Fischig gibt es hier ja Haufen Weißen shit ey und da hinten kommt schon unser nächster Gast der verspeist werden will und jetzt werden wir mal auch boah ok weiß nicht nur ich glaube ich muss äh glaube ich die Tassen mal belegen ne verlieren und da und oh nein zwei perfekt aber ich nehme mich auch noch mit ich weiß die kann man trainieren leider habe ich mich halt spoilern lassen ist natürlich bisschen schade aber ich bin halt auch nicht mehr jemand wie früher vor 10-15 Jahren der einfach blind Spiele kauft ich habe leider in meinem Leben auch zu oft Spiele gekauft die zum Schluss totaler Müll waren weil die einfach nicht weiterentwickelt worden sind und deswegen ähm gehe ich da auch nicht mehr so blind rein in die Sache in der Sache der Nachteil wiederum man wird halt gespoilert das ist halt natürlich extrem ärgerlich äh äh warum geht das jetzt hier nicht ach das ist sehr gut das ist sehr gut noch machen wir auch wirklich eine Menge ist natürlich schade für die kleinen Pferde äh äh achso ist nix aber ja gut ist halt nur ein Spiel da ist das nicht nicht schlimm so alles klar ja 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 das sieht gut aus den Bogen müssen wir mal reparieren bevor er uns mit dem Kampf kaputt geht das ist ja aber nicht so nice ok das Feuer brennt noch 8 Stück haben wir rein da das wird schmecken auf jeden Fall schön viel Fleisch man muss aber sagen das vergammelt hier alles sehr schnell wie man sieht aber jetzt habe ich ein bisschen zu viel gegessen als ich brauchte ok das ist schon mal gut alles soweit Sauerstoff müssen wir auf jeden Fall jetzt uns mal drum kümmern oben war alles noch was gewesen das ist mit dem Fleisch da habe ich ein bisschen Panik ne ich würde sagen wir tun es mal deaktivieren lassen das vielleicht erst mal so und guck mal vielleicht vergammelt das auch da drin gar nicht bei dem Weg da das nicht gemacht haben aus welchem Grund auch immer das hier muss ich auch mal besser sortieren glaube ich ne was das Werkzeug glaube ich auf die andere Seite ok hier haben wir auf jeden Fall einiges an Sauerstoff auf oh nein ich habe schon wieder ja ja ein Pferd ist aber nur Level 3 ja mach mal ups oh nein sag mir nicht da kommt noch einer ne irgendein anderes Tier bis jetzt geht es eigentlich alles muss ich sagen ist jetzt nicht so schwer ja aktuell noch nicht aber man darf nicht vergessen wir sind im Anfangsgebiet hier ist ja alles nur relativ noch ruhig und ja wir haben halt sag ich mal so etwas niedriger als die mittelschwere Map haben wir ja spielen aber auf mittel auf mittleren Schwierigkeitsgrad so dann holen wir uns hier nochmal wir können jetzt also eigentlich auch das komische Teil da bauen einen Sauerstoff irgendwie keine Ahnung irgendwie herzustellen ich habe noch keine Ahnung wie das so richtig geht ich werde sehen ja ausdauern ja das müssen wir unbedingt auch mal demnächst mal machen ja wow 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 die KI sag ich mal von den Viechern hier von den Tieren ist ein wenig unlogisch sag mal es mal so weil eigentlich merken Tiere ja schon sehr frühzeitig dass da etwas ist wo sie lieber nicht hingehen sollten aber das ist den Tieren hier etwas egal die bemerken das eigentlich erst wenn sie fast nebenein stehen oder wirklich direkt nebenein stehen ist schon derbe und ich sehe auch gerade ist vergammelt doch und wir haben nur noch sieben Pfeile wo sind unsere ganzen Pfeile hin shit maximal 17 shit na wegen wegen Stein okay aber wir hätten ja hier Stein weg vor der Haustür was ist eigentlich das hier Stein mit Moos könnte das sein ach ne Späfel brauchen wir noch nicht brauchen wir noch nicht ich würde aber auch sagen ich mache mal an dieser Stelle erstmal Schluss ich bedanke mich fürs zuschauen lasst ein Daumen da lasst ein Abo da würde ich mich mega freuen über Support und ja dann bis zum nächsten Mal ciao